So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Heute am Freitag, den 1. Dezember 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen. Heute einmal auf Gold, wo leider das Setup noch nicht ganz so angelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte, ausgehend von meiner kleinen Long-Position, aber dann auf der Kehrseite, wo ich auch aktuell noch nicht interveniert bin. Also wenn wir so mal unter die Tiefs von gestern gehen würden, dann würde ich mindestens einen Teil der Position rausnehmen, weil offensichtlich der Swing dann doch noch nicht anläuft mit der Attacke auf die Allzeithochs um 2075, 2080 US-Dollar pro Fein und so ungefähr. Aber so richtig drunter gegangen sind wir eben noch nicht. Unter die 2034, 2035 war es ungefähr. Und deswegen, ich bin so ein bisschen, ja, ich stehe jetzt mitten im übertragenen Sinne, in einer Trading-Entscheidung im übertragenen Sinne. Und ausgehend hier von, wir werden gleich einen kurzen Blick drauf, aber nichtsdestotrotz, da hat sich nichts groß getan. Dann in den Wochenschluss hinein, naja, mal gucken, ob so viel Action reinkommt. So wirklich ein Abgabedruck kam jetzt nicht auf in den übergeordneten Markt. Deswegen, wir wollen uns heute vielleicht auf eine Einzeltitel konzentrieren, nachbörslich gestern, Uipath mit Zahlen. Das ist jetzt nicht so unbedingt die bekannteste Firma, aber ich finde die Gesamtkonstellation unglaublich interessant und definitiv einen näheren Blick wert. Und darauf wollen wir dann in wenigen Minuten detailliert einen Blick werfen. Bevor wir beginnen, offiziell allerdings erst der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision und Safety sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikohofil und oder lasse ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater ladet ihr sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter. Testet ihr Handel risikofrei, schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vorstellen Risikoweise, findet ihr auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend kontaktiert gerne den Kundensupport in deutschsprachigen Berliner Büro. Kontaktdetails folgen sogleich. Zunächst in eigener Sache bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlungen missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr habt die Möglichkeit, alle eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos zu stellen. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. xdb sei als Broker kurz vorgestellt. Bester CFD Brokersjahr 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit die xStation. Und genau auf die wollen wir uns jetzt hier einen Blick gönnen. Und wollen, wie gesagt, kurz erstmal anfangen mit Gold. Da will ich euch so ein wenig up-to-date halten an dieser Stelle, wie sich dort die Gesamtkonstellation weiter darstellt. Auf Tagesbasis, also wir können es erkennen, wir sind weiter in Gefilden knapp unterhalb der Allzeithochs konsolidierend. Also das ist weiterhin auch in meiner Einschätzung eine sehr, sehr starke Vorstellung. Wir sehen jetzt hier schon, ich habe eine Linie eingezeichnet, die resultiert hier aus dem 30-Minuten-Chart. Und da kann man so sehen, das ist diese Abwärtstrend-Linie. Naja, also Abwärtstrend ist es nicht, die sich da etabliert hat innerhalb dieser Konsolidierung. Diese fallen den Hochs. Wir hatten gestern hier eine Konstellation mit diesem Dreieck. Das habe ich jetzt rausgenommen, denn offensichtlich ist dieses Dreieck hier nach unten dann aufgelöst worden. Nichtsdestotrotz, ich bin weiterhin, wie gesagt, nicht wirklich willens. Meine aktuell bestehende Long-Position, mit der ich auch einen sehr, sehr guten Einstieg gefunden habe, es ist auch nichts Großes. Nicht, dass das irgendwie missverstanden wird oder dergleichen. Aber es ist auf jeden Fall eine Position, wo es um das richtige Management geht. Und da ist die Positionsgröße egal. Die richtige Handelsentscheidung ist das, wofür ich als Trader bezahlt werde. Unterm Strich, langfristig und ausgehend davon, ist das jetzt, was im Mittelpunkt des Gestehens steht. Einstieg um die Position erfolgt hier gegen diese Konsolidierung. Auf 30-Minuten-Basis war es genau nach dem Breakout am Montag bereits hier über das Niveau ungefähr um 2006, 2007. Pi mal Daumen. Entry war ziemlich optimal. In diesen Gefilden und jetzt auf Break-Even nachgezogen, da willst du den sowieso nicht mehr sehen, da hat er nichts mehr verloren, der Goldpreis. Dann eben dieses überraschende Momentum am Dienstag und seitdem eben konsolidierend auf hohem Niveau. Wie gesagt, fallende Hochs, die sich etablieren. Irgendwie auch marginal fallende Tiefs, wenn man sich die Price-Action von gestern anschaut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich überrasche so ein bisschen, ehrlich gesagt. Und das hat auch mich, ehrlich gesagt, nicht nur überrascht, sondern auch ausgehend von der Price-Action nicht überzeugt, dass es das nach oben jetzt schon war. Wir haben gestern die PCE-Zahlen zu sehen bekommen, also der Preisindex als Inflationsmessinstrument ja von der FED bevorzugt herangezogen. Die sind wie erwartet veröffentlicht worden auf Monatssicht. Wir können mal hier kurz einen Blick auf den Kalender werfen. Auf gestern, da habe ich schon angemarkert, können wir sehen, auf Mann von Mann sich da leicht unter der Erwartung. Eigentlich eher einen Geldpolitisch lockerer Kurs seitens der US-Notenbank begünstigen, würde man vielleicht sagen, sofern man denn dann die Mann von Mann von Zahlen überhaupt heranzieht. Aber summa summarum einfach nichts, was irgendwie spektakulär daherkäme oder dergleichen. Und naja, ein bisschen Whippy-Price-Action, kurzes Unterschreiten dieser Tiefs. Ich hatte den Finger im übertragenen Sinne am Abzug. Ich habe mir die genau anschaut, die Price-Action, habe sie beobachtet und dann dachte ich mir so, also für einen wirklichen nachhaltigen Break tiefer sieht das einfach nicht nachhaltig aus. Das ist nicht dynamisch. Also ich sehe noch nicht, warum ich die Position hier geben sollte an dieser Stelle. Würde jetzt natürlich logischerweise über eine entsprechende, mindestens Gewinnmitnahme, vielleicht sogar ein rausnehmen des Trades und dann reinstatten und wieder aufnehmen mit einem Bruch über diese Trendlinie hier mit den fallenden Hochs die Position wieder hinzunehmen. Sollten wir unter die Tiefs von gestern fallen. Aber nichtsdestotrotz, bis dato nachhaltig, wir sehen kurze Lunden, Stiche, Reihen, die dann sofort zurückgekauft werden. Das ist nicht klar bärische Action einfach. Und das veranlasst mich dann an der Stelle eben so ein bisschen meine Diskussion auch walten zu lassen. Also den diskretionären Touch einfließen zu lassen und zu sagen, das reicht mir noch nicht für ein Rausnehmen der Position. Vielleicht kommt ja noch was. Und wir haben einen potenziellen Katalysator mit dann heute den ISM Manufacturing-Zahlen. Die werden um 16 Uhr veröffentlicht und die könnten dann vielleicht einen bullischen Impuls nochmal nach sich ziehen. Grundsätzlich haben sich die charttechnischen Level nicht irgendwie geändert. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir über die 50 gehen, also die bis dato Hochs hier der Woche, 52 ist es ungefähr, rausnehmen, dass das dann der letzte Halt oder der letzte Widerstand ist, bis es dann zu einer Attacke auf die Allzeithochs kommt. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Das also zu Gold und zum Update kurz für den Trade. Für den heutigen Tag, wie gesagt, es sind nicht besonders spektakuläre Gegebenheiten, die wir vorfinden. Weiter choppige Action übergeordnet. Aber wir hatten gestern nachbörslich ein ganz interessantes Newsrelease. Wir haben nämlich Zahlen zu sehen bekommen von Uipath nachbörslich. Uipath ist jetzt nicht besonders bekannt dafür oder generell bekannt, vielleicht auch hier unter den Zuhörern. Es ist ein relativ, man möchte fast schon sagen, ja, wie soll man das nicht formulieren? Eine Aktie oder ein Unternehmen, das man vielleicht noch nicht so kennt. So sagen wir es mal gleich. Aber sehr, sehr liquide Titel auf jeden Fall und im Bereich auch künstliche Intelligenz anzusiedeln, was wie gesagt sehr, sehr interessant ist. Künstliche Intelligenz war ein ziemlich heißes Thema über das Jahr 2023, wie wir es alles mitbekommen haben. Und Uipath konnte davon gar nicht so sehr profitieren. Das überrascht. Also im Bereich Prozessautomatisierung eben unterwegs und wie gesagt auch mit AI werbend. Aber nicht irgendwie in irgendeiner Form dramatisch outperformed in diesem Bereich. Also da haben wir andere Kandidaten gesehen. Und jetzt ist es allerdings zu einer interessanten Konstellation gekommen. Und zwar, wir erinnern uns daran, wir hatten am Mittwoch war es ein Advents-Webinar gemeinsam mit XDB, ein Spezial-Event, wo zeitnah auch die Aufzeichnung dann verfügbar sein wird. Und da kommen dann auch diese gleitenden Durchschnitte hier ins Spiel. Und ich hatte in dem Zusammenhang eben auch ein bisschen was über Marktphasen erzählt und gesagt, wenn die beginnen sich aufzufächern, also nicht als Signalgeber, sondern einfach als richtungsweisend, nach einer Akkumulationsphase kann das darauf hindeuten, dass wir in eine sogenannte Stage 2 übergehen. Also in der Beschleunigungsphase, die, vielleicht sehen wir das auch gerade bei Affirm, da hat der ein oder andere vielleicht seit auch Wochenbeginn noch schon mal einen Blick drauf geworfen, nachdem wir es mehrfach erwähnt hatten, haben wir eine starke Beschleunigung auf der Oberseite gesehen. Und das könnte jetzt hier bei UiPath ebenfalls Form annehmen. Also wir sehen eine lange, lange Konsolidierung nach dem Ausverkauf IPO 2021. Und dann eben sehen wir eine lange Konsolidierungsphase, die wir hier an dieser Stelle eben jetzt vollzogen haben. Roundabout ein Jahr ungefähr. Und jetzt fangen wir an, wir laufen in die Earnings hinein und attackieren die Jahreshochs. Und dann haben wir immer so ein bisschen die Gefahr, bei The Rumors Sell the News, hört man ja vielleicht, dass wir einen starken Earnings Release vorwegnehmen. Und wenn die dann nicht, oder wie erwartet, stark reinkommen, sehen wir darauf erstmal einen Verkaufsdruck oder einen Abgabeimpuls. Und das Interessante ist, dass die Zahlen über Erwartung lagen und zu einem Gap abgeführt haben. In der Vorbörse, das kann man hier zum Beispiel bei MarketWatch kann man das sehen, 13,3% gestern nachbörslich über 22,40, also über 22 handelnd mit 2,6 Millionen Stücke, die da in der Nachbörse gehandelt worden sind. Und das ist deswegen relevant, weil wir sehen nämlich zeitgleich ein Auffächern jetzt mit entsprechend dem 20er, SMA über dem 50er, über dem 100er, über dem 200er liegen. Also nur als Richtungsweisend beginnt sich aufzufächern, Vorstoß auf neue Jahreshochs. Und vor allem der nächste Widerstandsbereich, oberhalb der 20-Dollar-Marke, liegt ungefähr hier in diesen Gefilden. Und das ist ziemlich genau die 22. Und das Spannende ist, wir gappen leicht drüber. Also das heißt, wir kommen heute potenziell mit Fokus auf die 22 in den Handelstag. Und wenn wir dann aus dieser Akkumulationsphase jetzt, aus dieser Stage 1 in die Stage 2 übergehen, mit diesem Auffächern der gleitenden Durchschnitte, dann wäre durchaus denkbar, dass UiPath auch aus der Momentumperspektive heute interessant wird. Ich glaube, da kommen viele Zeitebenen jetzt zusammen, die potenziell die Aktie kurzfristig höher treiben können. Und demnach scheint mir UiPath durchaus interessant zu sein. Ich will jetzt nicht sofort vom Open Back Long sein, sondern ich würde erst mal schauen wollen, wie kommen wir rein, 15.30 Uhr, dann vielleicht ein kurzer Flasch in die 22 hinein, können wir die 22 halten. Aber wenn wir reinstechen, sehen dann Käufer reinkommen und drehen wieder auf und gehen durch die Eröffnung zurück, glaube ich, ist UiPath ein interessanter Kandidat für auch ein Momentum-Play, wo wir dann einige Käufer sehen könnten, die die Aktie vielleicht sogar bis in die Mid-20er heute, vielleicht auch in den kommenden Tagen eben treiben könnten. Wo mir die Aktie dann durchaus interessant anmutet. Also sieht vielversprechend aus. Wie gesagt, wenn wir auf den Chart schauen, erst mal ist das jetzt nicht sonderlich stark oder sonderlich herausragend, aber Bodenbildungsphase nimmt zunehmend Form an. Rausnehmen einer wichtigen Widerstandsregion hier aus dem Jahr 2022, 22 Dollar, also 2022, die 22 Dollar Marke, rausnehmend. Und dann könnte durchaus ein Push stattfinden, tief über die 20 bis in Gefilde, ja, mit 20er, vielleicht sogar höheren 20er, also zwischen 25 bis 30 Dollar in den kommenden Tagen. Und ausgehend hiervon durchaus einen näheren Blick wert, neben eben Gold. Und das war es meinerseits soweit zum Wochenschluss gewesen. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Montag können wir uns hier wieder zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dahin und tschüss.